Am Sonntag fangen wir an mit der Kampagne 50 Tage Leben wie Jesus. Wir haben für diese Kampagne ein Kampagneheft entwickelt, mit Vertiefungsmaterial für Predigten, mit einem Bibellesenplan, also sprich Material für Hauskäse und Kleingruppen. Für alle die, die nicht so viel Zeit haben, die sich vielleicht nicht wöchentlich treffen, haben wir einen kleinen Laufzettel entwickelt mit verschiedenen Aufgaben darauf. Und zwar hat es die Aufgaben darauf, wie für den Kranken beten, etwas zum Essen einladen, kleine Sachen in Liebe tun oder zusammen Obymorphieren. Es hat aber auch zwei lustige Aufgaben, zwei Fun-Challenges, eine für die Männer, eine für die Frauen. Die Männer sollten sich 50 Tage lang nicht rassieren, jeden Tag ein Pfiff machen. Und dann gibt es ein kleines Verwandlungsvideo. Für das könnt ihr euch eine App abladen im Apple-Store oder im Android-Store, die heisst TimeShutter. Da kann man jeden Tag ein Fettchen machen. Am Schluss gibt es ein Video. Für die Frauen wäre es 50 Tage lang jeden Tag Kreuzschmuck zu tragen. Für das gibt es am nächsten Sonntag, ab und 4 Uhr mit Urs von Holzen und der Nina Benz, einen kleinen Workshop, wo ihr euch euren eigenen Schmuck passen könnt. Es wäre mega wichtig, dass ihr eure Teams und eure Leute dazu motivieren können, dass wir das zusammen machen. Weil wenn wir diese Kampagne mit diesen Laufzetteln machen, dann bleibt die Kampagne nicht nur im Gottesdienst, bleibt die Kampagne nicht nur in den Predigten, sondern die Kampagne geht über ins Leben der Gemeinde, geht über in den Alltag. Und wir können zusammen Leben verändern, wir können zusammen einander helfen, um was es geht. Was auch noch gut ist bei diesem Laufzettel, man kann sich die gegenseitige Rechenschaft ablegen. Man hat jemanden, der einen nachfragt, Hey, wie ist es gegangen? Ist es gut gegangen? Wo hast du deine Probleme gehabt? Wir können füreinander beten und wir können einander ermutigen. Darum möchte ich euch ermutigen, Nehmt den Laufzettel, macht es mit eurer Band, mit eurem Team oder was auch immer mit eurer Kleingruppe und lasst uns die Kampagne rocken. Lasst uns die nächsten 50 Tage lang Gas geben für Jesus. Bis zum nächsten Mal.